Wuppertal. Kann der Fußballregionaligist den 3 zu 0 Sieg gegen Viktoria Köln vergolden? Am Sonntag, 24. September 2017, tritt die Mannschaft von Trainer Stefan Vollmeerhausen bei Alemannia Aachen an. Anstoß auf dem Tivoli ist um 15 Uhr, Lievetika. Von Jörn Koldihoff in der vergangenen Saison unterlag der WSV vor 6500 Zuschauern in Aachen mit 0 zu 1. Das Hinspiel im Stadion am Zoo endete 2 zu 2. 6.221 fand es an die Treffer von Kai Schwertfeger und Gaeta Nomano. War die Alemannia seinerzeit gegen den damaligen Aufsteiger-Favorit, steht der WSV mit 15 Punkten aus 8 Spielen der Zeit vor den Grenzstädtern, 11 aus 9. Wir müssen genauso konzentriert wie gegen die Viktoria zu Werke gehen, fordert Trainer Stefan Vollmeerhausen. Mit einem Sieg würde der WSV auf den zweiten Tabellenplatz vorstoßen und damit beste Werbung betreiben für das Verfolger-Duell am kommenden Samstag, 30. September, um 14 Uhr im Stadion am Zoo gegen RW Oberhausen. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Tristan Duschke, Nielas Heidemann und Marco Cirillo, Grippe, sowie Gino Windmüller, Bänderverletzung. Wer fällt aus? Das entscheidet sich erst am Treffpunkt. Ich muss die Jungen sehen, spielen wollen ja alle, weiß Vollmeerhausen.